Wie wichtig ist es für dich, Marco kurz als Trainer zu haben? Er ist sicher, er fördert die Jugendspieler, sage ich jetzt mal. Und er macht seine Arbeit, denke ich, echt gut. Hat man ihm angemerkt, dass es für ihn eine schwierige Zeit war, die letzte Woche? Ich denke, so auf die Mannschaft hat er das nicht so überschweifen lassen. Das hat er, denke ich, ganz gut gemacht. Mickie Stiewicz hat gesagt, er will Einzelgespräche auch führen mit den Spielern. Bist du da schon in den Genuss gekommen? Nein, will ich noch nicht. Was hast du denn für einen Eindruck von ihm? Einen sehr guten bisher. Wie wichtig war das eigentlich für die Mannschaft? Ihr habt Probleme, wenn der Druck wirklich groß ist, dann schafft ihr es, eure Leistung abzurufen. Warum passiert das nicht häufiger? Ich denke, wir haben es jetzt mal wieder geschafft, die Tugenden von 60 wieder an den Tag zu legen. Und ich denke, das müssen wir auf jedes Spiel zeigen. Dankeschön. Danke. 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 Danke.